Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck appelliert an die Fairness der Supermarktketten während des Lockdowns, ihr Sortiment einzuschränken und nicht etwa Spielzeug oder Sportartikel zu verkaufen. Der Konzern Rewe verzichtet während des Lockdowns auf den Verkauf solcher Artikel. Spar, Hofer und Lidl sehen die Sortimentseinschränkung als gesetzes- und verfassungswidrig und wollen ihr Sortiment nicht ändern. In der rechtlichen Begründung zur Covid-19-Notmaßnahmenverordnung schreibt das Gesundheits- und Sozialministerium, dass Lebensmittelhändler etwa nur Lebensmittel, Sanitäartikel und Tierfutter anbieten dürfen, nicht aber Spielzeug, Blumen oder Elektrogeräte. In der Verordnung steht, dass Supermärkte nur typisches Sortiment verkaufen dürfen. Schramböck verweist darauf, dass mit der Verordnung eine unsachliche Privilegierung der Supermarktketten verhindert werden soll, weil etwa Spielzeugläden oder Sporthändler im Lockdown geschlossen sind.